Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich ja mal ein bisschen Longboard fahren gehen. Nämlich werde ich jetzt mit Longboard von meinem Haus praktisch zu meinem Dad fahren nach Berlin. Werden wir mal sehen wie es so läuft und ich werde euch einfach mal mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich so eine Stunde brauchen, werde so ein paar Aufnahmen praktisch daraus nehmen. Und ja, wenn wir mal sehen, ich muss noch ein Päckchen abholen gehen und dann beginnt es auch. Gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Paket geholt habe. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe praktisch das Paket jetzt abgeholt, habe meine Tasche gepackt und dann würde ich einfach sagen, geht's los. Und es ist einfach scheiße draußen. Ich hoffe, ich krepiere nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Let's go Yo Leute, ich habe einfach mal beschlossen, mich jetzt mal kurz hinzusetzen Und wollte mir unbedingt mal mein geiles Quellbrunnen gönnen Also meine Haft sind broke Alter, ich schwitze aber auf das Todes Darauf gönnen wir uns erstmal ein Quellbrunnen Beste Qualität, meine Freunde Lecker I can hear you so leute ich komme mit meinem ziel langsam näher aber wirklich langsam also ich bin jetzt auf der hälfte der strecke und ja also wie lange es dauert dieser moment wenn leute ich beim schneiden bei messe karte entlernen überholen sie jetzt überhole so leute das hier ist meine ehemalige heimat praktisch vor zehn jahren glaube ich habe ich hier gelebt da war so die kita ich weiß nicht ob man die sehen kann hallo bus ja mach's ruhig kaputt da sieht man glaube ich noch dieses gibt dass man die skitter ja das fuchs jetzt ein bisschen und die skitter 1000 füß das war immer so richtig cool meine kinderzeit und da hinten so das kann man jetzt nicht sehen weil es da um die ecke ist habe ich ja praktisch gewohnt im kosma weg 98 das war so eine wohnung zwar für eine mega coole zeit in berlin starken und ja würde ich einmal sagen fahre ich einfach mal weiter nage neuer benzer arme aus dem fenster picken noch ein fenster und noch ein fenster und noch ein fenster so leute da ist der kate das wird aber noch runden kilometer von meinem ziel fährt und ja let's fucking go so leute bin gleich da mega nice alter ja hart gegönnt würde ich ja mal sagen ich bin so fertig oh man naja wir sehen uns dann aus der wohnung wieder bis gleich leute ich habe einfach die abmoderation vergessen richtig schlecht einfach ist mir erst beim schneiden meines wenigstens eingefallen und ja dann holt es einmal nach gut ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einfach eine kleine wenn ihr solche videos nicht mehr verpassen lassen aber da leute ich wünsche euch noch einen schönen tag